So, wir haben noch ein Gold. Cool. Paddy? Paddy? Aua! Paddy? Paddy? Hier müssen wir kurz die technischen Probleme hier lösen. Ich aber dich, ja, dann sagt halt was. Achso, du sagt wahrscheinlich die ganze Zeit was, aber ich höre dich nicht. Ähm, ja. Wahrscheinlich dein Mikro irgendwie am Arsch oder sowas. Ja, liebe Freunde, so passiert's halt mal. Paddy's Internet stürzt. Manchmal ab. Ich sag wirklich manchmal, nicht immer. Aber schon manchmal. Naja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an TS liegt. Weil, wir buchten uns dann oft auch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das scheiße will, wenn du jetzt nicht redest. Oder, würde ich mal sagen. So, ganz spontan. Weil, es ist ja ein Display. User in your channel, timed out. To get on. Okay, jetzt wird out getarnt. Auch nicht schlecht. Ja, liebe Freunde, ich würde einfach sagen, dass wir hier, ne, kleine Pause machen. Und dann warten, bis Paddy wieder richtiges Internet hat. Wir sagen, bis gleich. Tschüss. Ja, liebe Freunde, Paddy ist wieder da nach seinem Internetabsturz. Und ich mache jetzt hier einfach weiter. Mach das. Du hast mich total aus dem Flow gebracht. Vor allem, was komisch ist, du hast mir ja geschrieben, dass du mich ja hörst. Ja, hab ich auch gehört. Gut, oder? Ja. Und du hast mit mir geredet, aber das kam nix halt an, oder? Ja, genau. Ähm, sollte ich jetzt machen. Ja, genau. Weißt du, ach, die Pumpe, glaube ich, oder? Ja, genau. Ach, genau, stimmt, da war ja was. Ich hab was, ey, man kann einen Tank bauen. Ganz, stinknormalen Tank. Würde ich gerade ausprobieren. Achso, den setzt du dann daneben, verbinde ich dann sozusagen mit dem Ding. Ja, muss, muss auf jeden Fall irgendwie gehen. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann bin ich böse. Fuck. Das ist ne Höhle. Ne, das ist Öl. Öl ist immer gut. Was spielt denn Danny da bitte? Space Engine. Oh, genau. Kann ich schütze? Ne. Oh Gott. Alter, damit nix zu tun. Ich glaub, es funktioniert aber so nicht höchstens mit ner Wasserpumpe oder so. Also, ich geh jetzt einfach mal auf Level 20. Warte, dein Handy hat man gehört. Stimmt sogar nicht. Du sollst ne E-Mail bekommen. Stimmt sogar nicht. Ach du Kacke. Oh Gott. Was ist los? Will das nicht bauen. Warum? Will's nicht. Ende. Was braucht man da dafür? Man braucht erstmal Golden Fluid Pipe und Wooden Fluid Pipe. Für Golden Fluid Pipe braucht man Golden Transport Pipe und ein Pipe Sealand. Für Pipe Sealand braucht man Kaktusgrün. Dann braucht man noch, für die Golden Transport Pipe braucht man Glas und Gold. Für das Wooden Fluid Pipe braucht man Wooden Transport Pipe und wieder das Pipe Sealand. Für das Wooden Transport Pipe braucht man Holz und Glas. Und für das Iron Gear geht eigentlich. Aber... Warte mal. Warum muss jetzt unbedingt Nacht sein? Golderz tritt am häufigsten in den Schichten 5 bis 28 auf. Da genau. Eimer? Was ist das? Aluminium? Ne. Was ist das? Antium? Ne. Warte, wir könnten doch jetzt hier diese Mining Turtle durchgehen lassen. Glaube ich kaum. Hä? Glaube ich kaum, dass das Funzen wird. Warum? Weil ich nicht glaube. Mining Turtle... Mining Turtle. Mining Turtle. Wireless Mining Turtle. Nö, nur ganz normale. Gibt man Wasser wieder. Wie braucht man eine Turtle? Wie braucht man einen Computer? Eieee. Braucht man eine Diamantspizza, geh? Ja, wir haben genug Reisen. Äh, Diamant. Wir haben 5. Ha! Ha! HG, oder? Wie bitte? Wir haben gerade unsere Bude unter Wasser gesetzt. Äh, 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 da kommt Öl. Achso, ja, schnell kommt Wasser. Dann wäre es nämlich ich gewesen. Ich verstehe es nicht, Juli. Mit der Pumpe? Ja, im Allgemeinen. Ich muss nicht... Baut einfach mal eine Pumpe und dann... Ja, ich komme gleich hoch. Ich komme gleich hoch, weil meine Spezifizierungen... Brauche ich Iron Gears, Iron... Iron Pickfax. Ich mache jetzt mal ganz viel Iron. Nein, dann brauche ich zwei Sticks. Oder mehrere Sticks sogar. Welcome to the Jungle, Tramme. Scheiße, wie alt ist denn das Lied? Fack mich doch nicht. Bin ich Jesus. Das ist ja 2000. Keine Ahnung, schieß mich damit. Kann ja sein, dass 20 zu hoch ist. Nein. Für Gold? Nein. Wie zu hoch. Da brauche ich noch eine Iron Pickaxe. Ja, gut. Also ich lasse jetzt einfach mal alle Erze stehen und suche halt nur Gold. Mach das. Ähm, Redstone, 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 Redstone ist da. Mach schon wieder so viel Unfug. Ich habe Gold, 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 ich habe Gold. Sehr schön. Ich habe eine Meinung. Jetzt ist meine Spezzeuge kaputt, direkt vom Gold. Ich habe eine Pumpe. Ich habe eine Pumpe. Wie sieht die aus? Leck mich. Halt wie das aussieht, dann nur Erze, Erze, Erze. Hast du schon diese Wasserflussleitungen oder wie die heißen? Nein, die habe ich noch nicht jetzt gemacht. Weißt du, wie... Bis erst mal das irgendwie mit dem Ding zu verstellen, mit der Pumpe. Wie die funktioniert. Nein, ich glaube kaum, dass du die unter Wasser bauen musst. Was haben denn? Weißt du, wie ich denke? Ich denke, dass...